okay was sehr spannend haben wir zwar nicht gefunden aber sind auf jeden fall schon mal auf der anderen seite und hängen ja nur an bäume fest wo ist da los das war ein hase ich habe es hat nicht zu sehr weh getan okay kommen wir laufen und hatte dort mit sonst so lange ich dachte mit dem schlitten jetzt recht schnell auch wenn bäume da sind aber ja gut ich weiß halt gar nicht wo wir jetzt hingehen zu diesem punkt da oder guck mal noch mehr boote jetzt noch ein seil brauchen wir nicht ich muss sagen ich habe ich habe letztens bei letzten seiten obwohl ja doch stimmt ich glaube gestern wartet bei youtube gesehen ein fans of the forest teil hatte 105 aufrufe dachte mir auch so für alle anderen youtuber ist wahrscheinlich so gottchen so was steht nicht mehr auf nach dem motto nein wird nicht aber ich denke sie sich auch so auch gott wie süß mich ist es voll so vor fast so viele weil mich ja schon so über sie war also ich über jeden einzelnen aufrufen und wenn ich da so 56 habe schon dann ist schon so cool ja aber auch 105 aufrufe mir auch so was ist dann ich habe da doch gar nichts gemacht oder ist oder habe ich da mal peinlich gemacht wenn wir können könnt ihr ja mal sagen so habe ich mal was peinliches gemacht habe wo man sagt ja ja deswegen hast du so so viele aufrufe ich weiß es gar nicht wusste nicht dass es also tief runter geht alter walter ein stück mir erschrocken ich habe den noch so im augenwinkel gesehen aber ich dachte nö da hat er hat mich bestimmt nicht gesehen allerdings was denn hier los hier sind gräber das gut das ist gut glaube ich wenn ihr einzeln kommt wenn du da zurück bleibst ruhig ich will nur mal gucken ich will nur mal gucken hast du nicht nur mal gucken habe ich gesagt du hau hoch ab da hinten ich muss mal gucken papeln schmeißen ich bin gut dass wir hier so ein kleines pausen haben quasi ist das wenn man jetzt hat der pfad kommt wo man kurz abschalten können das haben wir noch so ist jetzt die ruhe oder was da wird es auch noch ein paar aufs maul also ich doch dann wollen wir mal ali hopp weißer sag sein aber nur so junge bleib weg das war das gerade ein spielen war schon fast niedlich wer bist du warum bist du ich meine ich habe sie ja quasi gewarnt ne da geht's ich weiß gar nicht ist wenn man hier so ein graf auf buddelt mit mit tuch hier so am kreuz ist da denn was wertvolle oder kann das auch hier bei solchen gräbern sein wenn man da du bist ja wieder da das war nicht so besonders ich werde bei diesem punkt hier wo ich jetzt drauf zuläufe da war ich vorhin auch schon ein paar mal ich wollte gerade sagen auch hatte unseren gottmode schlitten nicht weil ich dachte auch gut uns ja nichts wird nicht so hoch sein so wie mit der spalte vorhin also im boden also ich weiß schon spinne jetzt da waren wir vorhin war der jetzt irgendwie ein fahrstuhl oder so nee ich glaube hier ist der drucker drin aber da war auch eine tür hinten lass mal gucken ich glaube hier war der drucker lassen wir mal gucken der hund gleich du schreckst nicht gehen wir als kassi ruckel ruckel ja hier ist der drucker können wir noch mal ein bisschen rumluten oh nein können wir nicht doch können wir hier guck mal ich habe noch ein bisschen drüber hart habe ich nicht ja wieso ruckel steht jetzt hier läuft damit gut schon ob wir wenigstens hier jetzt machen können also wieder aussieht nicht doch also kommt es doch nicht aufs licht an das klingt nicht gut das klingt das klingt das klingt das klingt das klingt dass wir auch tun das klingt dann sind wir Das ist ja gar nicht schön störender Typ, ne? Alter, alter, alter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig. Au. Warte, warte, warte. Die sollte ich vielleicht anders bekämpfen, ne? Dann kann ich hier, nehmen wir erst mal den hier. Trinkt man einen Schluck, dann können wir nicht. Ah, hier können wir. Dann wird ja ein bisschen fütter sind. Das sind noch mal eine Kleinigkeit. Mit schon Waffen, die wir hier am besten. Richtig kleine Axt. Du hast mal einen Pfeil in der Brust oder am Arm. Komm doch, Junge. Ey. Fall hin. Ich darf nicht schlafen. Glaub damit. Alter, wieviel hältst du denn aus? Sag mal. Alter, du bist langsamer. Aber auch nicht. Alter, das sind ganz schön stark die Viecher. In den Fressen. Das wird ja noch richtig ekelhaft, ne? Ich glaube, ich. Wir könnten uns mal wieder Rüstung anziehen, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken. Alter, wie so hoch wird denn hier so. Sehr ekelhaft. Guck mal, die Benen ziehen wir uns an. Die müssen wir erstmal kombinieren. Okay. Und wenn wir wenigstens ein bisschen wird. Ih, da ist so ein Spritzbrät, den Sieg. Ähm. So. Hier. So, ne? Sonst müssen wir gleich mal kurz wechseln. Hier, Spritzbrät. Für dich. Happy Birthday. Noch einer von dir? Ja. Der ist okay, den träume ich mir so zu. Also ein richtiger Spa, ne? Hier looten wir gleich richtig, ne? Muss ja erstmal nur alles aus dem Weg ran. Halt die Klappe. Wie groß ihr seid, ne? So, ein bisschen pro Perzenfleisch rausprobieren. Wie immer. Der wusstet hier noch ist. Ih, da ist so ein Viech. Okay. Warte mal. Das ist echt doof. An der Lästung kannst du eigentlich nicht liegen. Hi. Ich mach mal kurz, ne? Weil ich brauch, äh, noch Rüstung und so. Wenn's okay ist. Danke. So. Schnetzeln war alles nach und nach weg. Oh, hier, guck mal, Energy und so. Nice. Okay, bringt gar nichts. Entspannt euch, Leute. Dafür sind wir hier. Okay, echt nice. Hat sich das Viecher hinten festgebackt? Nein, hat es nicht. Aber du kommst ja auch nicht durch, oder? Kommt das hier durch? Falls nicht. Wenn ich ein bisschen Zeit habe. Guck mal. Habe ich für dich. Nur für dich. Geh mal gucken. Krass, ne? Hat Bumm gemacht. Okay. Ähm. Oh. Hi. Kann ich dich? Ja. Ich kann ihn auch ein bisschen pro Ferzen gleich rauspuppeln. Was steht denn hier eigentlich? Okay. Ein richtiger Vault hier drin, ne? Erinnert mich grad ein bisschen an, äh... da findest du noch eine karte okay das ist gut erinnert mich gerade so ein bisschen an fallout 4 ein riesenwort ich glaube so langsam können wir auch beginn zu looten oder zu bluten ich weiß es nicht müssen wir mal schauen auf jeden fall war das hier bestimmt gemütlich draußen zerfleischen sich alle weißt du und hier haben sie jetzt schild was ist das denn hier guten tag meine besonders sicher scheint ach so können wir damit unendlich zuschlagen oder ist das weiß ich nicht was nekis na junge zu viele socken was ist los brauchen wir nicht mehr bin nur schade dass das ist die alltag wie richtig denn das bin nur schade dass das hier so ruckelt ihr wart wann hierfür geschäfte freundchen schämlich damit sich hier auf jeden fall gut gehen lassen hier ist die nächste karte sehr schön von arnold grant grant und da war ein bisschen krantig da können wir aber nicht durch ne schade aber mal effizient ist es bei dir auch dass es hier besonders ruckelt bei dir das spiel na du hast auf jeden fall viel verdient mit einer show da war hier nein ok dann weiß ich auch nicht mehr warum das hier so ruckelt wollte schon sagen weil am pc kann es ja eigentlich nicht liegen aber scheint ja wohl doch so zu sein ist eine rtx grafikkarte nicht ausreichend dafür ich meine deine grafikkarte die ist ja die ist ja schwächer naja gewiss es wird schlicht bei mir ruckelt es nicht okay war hier nicht ach nee da ist der fahrstuhl okay oder tür oder was auch immer ich will doch hier mal gucken bin also neugierig guten tag guten tag sahara das war doch die firma in the forest die da auch die ganzen kisten also nicht kisten sondern die ganzen großen dinger da angeschwemmt hat die waren auch da irgendwie involviert hatte kann ich kaum lesen können das nicht lieben was sind das als buchstaben testament steht da was über patiniert und hier unter einer sehr hohe geldsumme ich kann leider nicht richtig lesen kann natürlich haben wir liegen nicht aber ja schrotkugeln wieder sind auch gar mittlerweile scheint hier entweder ein streaming gaming raum oder ein it raum gewesen zu sein ich weiß es nicht gut okay dann schauen wir mal was wir hier noch so alle kluten können heute war so gut okay ja also wenn ich auch der meinung heute war wirklich muttert also jetzt wer bist du denn meine schöne rüstung aus deinem verwandten so beim umfallen rauf da ausschneiden zwischen den beiden firmen ist es konkurrenzkampf so das war ein headshot headshot voll ins knie sie müssen weiter runter ich habe getroffen bisschen erschrocken kann man da ein fall schon mal nehmen wenn du willst danke kommt ich nehme auch gleich mal aus bestimmt gleich konzept hinter uns hin an noch nicht was was den pfeil danke gut aber konsenskampf wir halten es ist vielleicht ein paar schmutzige geschäfte noch so nebenbei habe ich hier mal erst mal die pfeile haben danke so gut dass wir die pfeile wieder kriegen so dann ziehen wir uns auf jeden fall ein bisschen haut an ich würde auch sagen dass ich hier die dinger sammeln bis ich alle haben entschuldigung bis ich alle habe und dann machen wir uns da diese krasse rüstung vielleicht hält ja ein bisschen mehr aus wäre ganz cool das babys das sind babys in der reihe warte mal sind babys in der reihe ich dachte es lebt noch ok da hinten gibt noch eins für dörr ich glaube es geht um die insel ok ja es kann natürlich sein wer weiß was hier also die insel ich weiß ja nicht nee es ist nicht die gleiche wie bei so forest entweder sind eine andere oder die wurde verändert das wesentlich natürlich nicht das soll was hat mich hier schwer okay geil okay mit der bis aber sehr langsam unterwegs na das wollte ich eigentlich nicht aber gut wir haben sowieso was geil das hört sich nicht gut an das hat sich gelohnt ja ja das auf jeden fall ja noch mal kurz hier noch einen schluck trinken bei wird können ich traue mich hier gar nicht versuchen zu versuchen die duft zu machen geht gar nicht netter kinosaal ich würde dem ding hier ganz gerne noch mal verpassen wenn ich schon mal wo es nicht passiert machen wir auch mal auf den 0 wenn das nur so läuft ich hoffe das verbraucht nicht so viel energie ja aber das geräusch wird mich nerven das wiesig jetzt schon na hier kacke jetzt muss ich auch nicht versuchen das ist andere füchern die haben wir beide gekriegt super ich fühle mich hier aber mit der machete gerade noch sicherer hier kommen wir so im groben ganzen wieder raus ne warte mal aber wir looten hier erstmal noch mal hier wo geht es nicht mehr na ja hier fängt jetzt wieder an so ein bisschen hier bricht die fps zeilen so ein bisschen ein vielleicht noch richtig guten bevor wir raussehen also 48 fps an alle 50 ne andere richtung hier hier würde ich ein bisschen bieten schauen was es hier alles gibt schönes 40 job oft gibt das wir sehen natürlich nicht ich denke mir dass sich da hinten was bewegt also was muss auch spaß machen in so einem pool die haben hier an so einer bar quasi müssen wir trinken bisschen chillen mit freunden der familie macht bestimmt spaß mit tauchgerät tauchen ja kommen wir auch mal wieder hoch dürfen wir hier auch mal wieder hoch hallo danke zurück muss er hier noch mal gucken hier ist nichts mehr hier ist noch was der gleiche zettel wie an der tür also hat sich auf jeden fall gelohnt na klar jetzt zum abend hier zum ende hin war sie mehr oder weniger hat sich doch noch gelohnt hier hier ist noch ein pfeil von mir entschuldigung zum beispiel noch für ein hinweis das ist mein last times ja das ist natürlich ja auch interessant was ist das hier komisch das klosetten ist was zum was zum nachfüllen die gitarre ist auch geil und cool oh hier guck mal hier ist noch was oder was schmatzen das war bestimmt alles spritzbred der hat hier alle gespritzt ich wusste doch dass ich euch hier höre jetzt macht mich aggro die viecher sonst ist hier nichts wir hatten wir die viecher hier hier drin vielleicht wird im pool ne hm okay schade ich dachte wir erfinden hier noch was eine kleinigkeit okay dann würde ich sagen hier könnte ich ja noch mal kurz gucken getrunken haben wir aber wir können ja trotzdem einfach weil wir es gerade können gluck 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 zack alles aufgefüllt also nicht alles aber sind passiert okay von hier kamen wir ja gut schönes fitnessstudio auf jeden fall die stoffe können wir nicht mitnehmen hier können wir aber auch nicht auffüllen warte mal lass mal gucken ne schade wäre natürlich cool gewesen wenn es noch mit ähm mit funktion gewesen wäre wo wir unsere trinkflasche auffüllen können vielleicht kommt das noch das wäre ganz nice gut dann würde ich sagen verlassen wir oben über die höhle dann mit gebäude hier guck mal hier kannst ja ein bisschen in die höhle reingucken das ist natürlich ganz nice beziehungsweise kannst du sehen wo du eigentlich bist ne okay hier treppensteigen ist ein bisschen komisch so von der steuerung her da hakelt es ein bisschen was sind das hier für dinge wir müssten hier lang wahnsinn was die sich hier gebaut haben mein hund schnarcht der schläft der träumt so warum müssen sich immer kurz daran gewöhnen an die dunkelheit spritzfret guck mal hab da wird für dich viel spaß damit ich lauf zurück das hat die knallt ne sind die Meilerpfeiler machen die denn warum habe ich so schlecht geschossen oder sind die nicht vor mir jetzt komme ich hier nicht mehr weg okay haben wir voll so darf ich mal kurz wie viel gleich haben wir denn eigentlich noch so und heute denen dann fragen wir mal sie bestimmt lustig aus wo waren noch mal die höhle dann möchte ich jetzt raus ich will sehen wo wir raus kommen aber falls das eine uns bekannte höhle ist würde mich wundern warum wir warum wir den eingang hier nicht vorher schon gesehen haben aber glaube ich nicht dass das eine uns bekannte höhle ist ich habe sie jetzt aber aufgebrochen also wieder aussieht oder das eingestürzt kann natürlich bald sein gleich auf der suche nach gold sie für mal hier drauf gestoßen ist da geht's hoch da geht's und warte mal ist das die große höhle wo wir waren wo hier irgendwo dieser blob drin war ja na klar ach so ne oh wir sind im kreis gelaufen okay gut ich habe nichts gesagt ich dachte gerade weil da ging es ja dann auch so hoch als wir da rausgekommen sind das sieht hier so ein bisschen aus wie in der großen höhle das kann ich spät es ist wahrscheinlich jetzt ist jetzt schon nachts hier kommen wir raus gar nicht verzeichnet das ding deswegen haben wir nicht gefunden aber ist damit hier mache ich auf jeden fall unser lager hin ich hoffe das ist sehr sehr aber es kommt von da möchten nicht wissen was uns hier noch erwartet okay komm wir machen uns jetzt hier trotzdem gemütlich irgendwie so halbwegs wo können wir denn hier da was willst du denn man lasst mich doch mal hier einfach mal mein meine kleine zärtchen aufbauen hallo ruhig dich komm her du spacken du spacken tarzan komm runter geht doch klatsch stein damit ich gleich mal klar sie ist jetzt wird wir machen uns noch ein schönes feuer hier ein bisschen was frei so ich habe schon ja noch vorbeikommt dass er uns auch findet wenn wir uns noch ein stückchen nehmen nochmal klack können wir hier schön feuerchen machen gut dass es einfach geht hier am spiel so guck mal sie kommt guck mal sie kommt komm und wärm dir deine poperze an unser feuer okay die frau ist auf dem weg da hinten leuchtet sie ich seh' ich seh' dir hallo oh der himmel ja die ist jetzt so mit diesem roten anzug ne man sieht das kaum noch tag frau ein eichhorn dankeschön aber es ist weg ne ah nee da ist es fleisch dankeschön wenn wir uns eigentlich gleich mal putzeln ist es aus okay die frau reimt auf der händen auf zu lachen denn so weil hier hallo was macht kein feuer für dich haupt weg kommt dir einfach mal ein schnuppert an unser feuer oder geht immer wieder aus wegen wegen winter und so ja tatsache verdammt okay gut dann gehen wir schlafen wo ist nun hier unser da gut subgenieur wünsche dir eine gute nacht und wünsche dir jetzt einen guten morgen so mit dem lassen wir hier aber stehen speichern aber na frau in deinem bikini saß natürlich besser aus aber wer bin ich dass ich behaupten kann gut okay meine lieben und dann würde ich sagen für youtube schon mal vielen dank fürs dabei sein vielen dank fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal tschau tschau